Okay, two slots are now in the color of gold. Rose ist a red. Last one is blue, also blau ist... Ach, wenn ich draufklicke, dann ändert sich die Farbe. Okay, der letzte ist auf jeden Fall blau. The last one is blue. The second one is a color of blood. Okay. Ach, das ist mein Dreampage. Ich muss mal eben ein bisschen sortieren. Also, die beiden habe ich jetzt. Das sind jetzt die Code-Dinger. Er hasst grün. Also, ich gehe davon aus, dass das hier Gold sein muss und das hier Gold sein muss. Das war zu einfach. Wir gehen mal erst hier ran. Cool. Wir haben den Code geknackt. Gold Ale. Nosea. Oh, Sharpness 3. 7,75. Warum sollte ich die tragen? Gold Brust. Die ist ja voll schlecht. Aber das Goldschwert ist gut. Hallo. Wer ist da? Oh. Du bist der Anführer der Banditen? Oh. Und du hast kein Notbeck. Cheater. Hacker. Ich sterbe. Lässt du mich wohl in Ruhe? Ha. Easy. Zurück zur Stadt. Was? Aber war in dem Raum keine Truhe mehr? Ich hoffe mal, da war keine Truhe. Ich laufe da jetzt nicht nochmal hin. Richtige Verarsche. Oh. Mein Schwert ist fast tot. Brot. So, da habe ich ganz viel Gold Ale. Könnte ich mich richtig mit besaufen. Okay. Regeneration haben wir immer noch. Wir haben noch Brot. Und wir haben noch unser Quest Journal. Das ist das Wichtigste. Huh. Das war auf jeden Fall ein anstrengender Kampf. Weil es echt knapp war. Ich sollte endlich mal vielleicht meine Potions verwenden. Wenn ich in solchen Kämpfen bin. Warte, was? Du bist Leben zurück? Ja. Ich kann nicht glauben, dass jemand ihn getötet hat. Na okay. Jetzt, wo das aus dem Weg ist. Ich hoffe. Ich öffne die Tür für dich. Chef. Ja, danke. Meister. Meister Eder. Hallo. Ich bin nur hier, um die Wohnung zu durchsuchen. Tschüss. Danke für dieses Equip. Noch ein Eisenhelm. Meiner ist noch relativ heile. Ich wünschte, es gäbe einen Knopf zum Sortieren. Ich hasse es. Unsortiertes Inventar. Es ist so schlimm. Aber ich will mich jetzt hier nicht hinstellen und das sortieren. Okay. Der wird halt, ja. Ich glaube, die ganzen Bandit-Notes brauche ich nicht mehr. Was werfen wir noch weg? Ich bin jemand, der kann sich so schwer trennen. Von irgendwas. Weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, dass man es immer wieder braucht. Also ich habe eine Axt. Also eine Axt reicht ja wohl. Eisenbrustplatte. Dann werden wir die Chain weg und holen uns die Eisen. Die Musik ist wieder cool. So viel Equip. So viele Sachen zum Sammeln. Die decken sich wenigstens. Wo muss ich überhaupt hin? Also ich weiß, dass ich zum Turm des Alchemisten muss. Ich kann noch keine neue Seite öffnen. Zum Turm des Magiers. Hier war ich schon, ne? Ich hoffe, ich denke dann das rauszuschneiden, dass ich hier jetzt gehustet habe. Es tut mir leid, falls ich es nicht gemacht habe. Closing Store. Hallo. Was vergauß sie mir denn? Ich habe eine verzauberte Protection 3 Brust. Ich habe Protection 2 und Projektile Protection. Na, aber halt, ich meine. Iron Boots. Cute Rabbit Slippers. Very fluffy. Oh. Oh. Okay, ich komme bald wieder, wenn ich Gold habe. Ich werde erstmal jedes Haus hier durchsuchen. Nein, werde ich nicht. Ich werde ein paar Häuser durchsuchen und dann mich freuen, wenn ich endlich den Turm finde. Das sieht aus wie ein Turm. Das da könnte was für ein Magier sein. Sieht zumindest magiermäßig aus. Das muss der Magier-Turm sein. Hallo. Finally, you have arrived. I'm on the second floor. Teleport up. Boom. Boom. Oh. Boah, wo wusstest du, dass ich nach dir gucke? Ich habe die Macht einer dunklen Power geführt. Macht einer dunklen Power, ja. Ich bin gut. Das meinte, das heißt der Dream Eater ist echt? Yes. Dein Leben ist in großer Gefahr. Was meinst du damit? Was heißt yes? Ich bin deutsch. Jede Zeit der, äh, jede Zeit, ja. Jedes Mal, wenn der Dämon einen Traum frisst, wird er stärker. Und wenn er stark genug ist, tötet er dich. Äh, was? Nachdem er dich getötet hat, sucht er sich ein anderes Opfer. Der Dream Eater muss gestoppt werden, bevor er zu Powerful wird. Powerful ist ein deutsches Wort, definitiv. Wie? Da muss ein Weg werden. We must send. Ah, wir müssen ihn da hinschicken, wo er herkommt. Und der einzige Weg, um das zu tun ist, ist da drin die, was ist da bei, blub, blub, die Dämonenrolle zu sammeln. Was I made, I'm busy right now? Ich will nicht mit dem Käpt'n reden. Woher kommt der Käpt'n? Die Dämonenrolle, wo kann ich die finden? Leider. Also, die Magier, die sie jetzt gebastelt haben, sind, achso, haben es zerstört. Um es zu reparieren, musst du drei Stücke finden. Die Stücke sind in der Welt verteilt. Das klingt ein bisschen schwierig. Ja, das ist nicht leicht. Glücklicherweise war ich, äh, war ich, war ich Able? War es mir möglich, das erste Stück zu lokalisieren. Es ist in der verbotenen Bücherei versteckt. Okay, und in der Ostseite der Stadt. Aber du brauchst ein Passwort. Sucht nach Hinweisen in der Bücherei. Danke, ich gehe, äh, ich mache mich auf den Weg. Good luck, you will need it. Boah, ist das schwer. So viel Text immer. Meine Güte. Der einzige Weg, den Dämonen zu töten, ist mit der Dämonenrolle. Scroll? Ja, Scroll ist ja so eine Schriftrolle. Wie nennt man es sonst? Dämonenschriftrolle? Hm. Ich muss alle drei Teile von ihm sammeln. Das erste Stück ist in der verbotenen Bücherei versteckt. Aber ich will, äh, aber ich werde ein Passwort brauchen. Äh, und wo ist die Bücherei? Hm, steht nicht mehr mit. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Aber jetzt gesagt, ne? East Side of the City, oh. Mein Bogen. East ist nach da. Dann gehen wir da mal hin. Oh, hier ist noch ein Raum, wo ich nicht drin war. Ein bisschen Essen, noch ein Gold. Noch zwei Gold. Eine Protection 2 Brustplatte. Warum auch nicht? Da kann ich meine unverzauberte wegwerfen. So, Protection 1 wäre ich auch weg. Wofür brauche ich eine goldene Brustplatte? Ach, hier sind so viele Häuser. Zum Durchsuchen. Schrecklich. Schrecklich. Oh, äh, hier muss ich glaube ich nicht hin. Ich denke mal, einer von den Villagern hat eben gerade den Käpt'n ausgelöst. Deswegen hat er dazwischen gelabert beim Gespräch mit dem Magier. Oh, cool. Rote Tulpe. Nehme ich mit. Beweis, vielleicht kann man es nochmal gebrauchen. Rabbit. Food. Warum sind da, äh, beziehungsweise Feed. Warum sind da Hasenfüße drin? Das da sieht aus wie ein Verbot in der Bibliothek. Äh, den Chain Hand brauche ich nicht. Mein Inventar schon wieder überfüllt. Ich habe so viel Scheiß, den ich glaube ich nie brauche. Ärgerlich. 30 Gold haben wir. Okay. Ich habe da vorne was gesehen. Das sieht aus wie... Naja, weniger wie die Bibliothek, aber das könnte die Bibliothek sein. Und hier werde ich jetzt auch erstmal eine Aufnahmepause machen, weil ich nehme jetzt schon eine Stunde auf. Hier redet keiner mit mir, das ist gut. Denn ich danke euch fürs Zusehen. Äh, morgen geht es wahrscheinlich eh weiter, also brauche ich eigentlich keine große Verabschiedung machen. Ich mache jetzt einfach nur eine Aufnahmepause. Bis morgen.